Achtung, Achtung! Lebensgefahr! Na ja, wir sind aber in München und nicht in Solingen. In Solingen war mehr Lebensgefahr, oder? In Solingen. Bei Messerangriff. Wo ist der BND? Wo ist die KSK? Wo ist der Deutsche, die innere Sicherheit? Hier mit Sicherheit. Wenn man nüchtern hier reingeht, ist keine Lebensgefahr. Keine Lebensgefahr. Also wenn man nüchtern reingeht, wenn man nicht so viel Bier vorher säuft, wenn man ein bisschen klar im Kopf ist, dann geht's. Ansonsten könnte es schwierig werden, Sugi. Wenn du hier mit zwei Flaschen Body reinspringst, dann hast du auch Mühe und Not, da noch nebend rauszukommen aus dem Ding. Aber ansonsten ist es nicht so schlimm, oder? Keine Lebensgefahr. Solange man nüchtern reingeht, geht's, Sugi, oder? Nüchtern. Ohne Bier ist okay. Ohne Bier ist okay, oder? Nüchtern, bei wunderschönen Wetter. Im Englischen Garten. Geiler geht's wirklich nicht mehr. Ein kühles, helles Lagerbier genießen. Augustiner Bräu. Das Leben ist schön, ja. Wenn man sich, wenn man sich, wenn man sich nicht unumständlich scheiße macht. Also wenn man sich übertreibt, sag ich jetzt mal, mit Drogen, mit Frauen vor allen Dingen, wenn man seine persönliche Freiheit genießen kann, seine Freizügigkeit, seine Nerven schützt und seine Gesundheit, dann kann das Leben wirklich schön sein. Ansonsten kannst du dir natürlich auch aus dem Leben, aus dem Himmel die Hölle zaubern, ja, geht ja auch. Für einen Tag Himmel kriegst du einen Tag Hölle geschenkt von der Erde. So ist das halt. Naja, aber der innere Frieden ist schon sehr wichtig. Und auf jeden Fall wichtiger als diese ganze andere Scheiße, diese Täuschungsmanöver. 5000 Jahre Krieg, Lebensgefahr. Schick die Scheiße aus, bleibt sauber. TV Applauze.